Ein SUV-Liebhaber hat sicherlich Interesse an diesem Dodge. Ein leistungsstarker Motor sorgt für den Antrieb dieses SUVs. Auf der Zubehörliste dieses Autos finden Sie unter anderem eine Klimaautomatik, einen Regensensor und Zentralverriegelung. Wenn Sie möchten, können Sie eine Probefahrt mit diesem Dodge machen. Rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017